Genau, hier sieht man die Gebrauchslösung, das Endprodukt sozusagen, mit dem gearbeitet wird. Hier ist die Anleitung, was alles enthalten ist. Nummer 1, Mifzlösung ohne Thiomersal, Aquadest, destilliertes Wasser, Formaldehydlösung, 37 Prozent, und Glycerin. Okay, zum Portionieren. Zum Portionieren, 10 Milliliter, genau. Das ist eher hinderlich als die Handschuhe. Okay, das ist der Waste Container, für den Rest der Stuhlprobe und was anderes. Der erste Schritt ist der Patient, okay. Der erste Schritt ist ... Wir geben den Gröschen den Namen. Das hier die Mifz jetzt drin ist. Okay, und da ist die Mifz-Solution. Wie viele Mifz-Solution? Okay. Jetzt müssen wir den Kasten aus. Okay, wir müssen das in kleinen Stück, wie dieses. Mh-mh. Mh. 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 Okay? Okay. Just... Richter, was heißt Richter? Pfanne, Pfanne. For each stew one Pfanne. For each stew one Pfanne, okay. You put it in the glass tube. Okay? And... Just like this. Okay. Let's go. Wichtig ist wirklich nur zweilagig, also nicht dicker. Only two layers. Not more. Okay. We take two of the wood sticks. Two wood sticks. And... Ich weiß nicht von der Menge her, wie viel man das sagen... Grammmäßig. Maybe like... Like a pea. Like a pea. Just... As much as a pea. Okay. I have it. I have it exactly. Okay. Okay. It goes into the myth. Solution. Mix it well. Yeah. And you get a... solution. Homogenese solution. Homogenese solution. Homogenese solution. Homogenese mit stool solution. Okay. 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 We have to wait a moment. Then you have to press the cotton out. You have to press it out, the cotton, okay. Okay. Okay, that's good. And throw it away. Cold at 4 degrees? In the fridge. At 4 degrees Celsius. Very important. It's very important that it's very cold. 4 degrees, not colder. Okay. Okay. It's just a small amount. And a half of the 10 ml. Just put it on top. 2,5 ml on top of a homogeneous filter solution. MIF solution. So you have to disinfect your glove with a disinfecting solution. If you're basically shaking. Okay, you're shaking it. And you do this under the hood, under the laminar floor or something. Yeah. Just a Daumen and middle finger. Okay. And there's a pressure you can let it. Okay, you can let it out. Yeah. So sometimes you'll get some pressure. Yeah. Okay, that's enough. And. I want to hold this. Okay. Good. And. That's the direction for the centrifuge. Yeah, okay. So we're going to hold this. Okay. We're going to put it in the centrifuge. Yeah. We're going to put it in the centrifuge. That's the same part. So it's a empty surface. So you can put it in another stool. Okay. It's a empty. Wenn ich jetzt den Centrifug gehe, dann etwas wieder raus holen. Die Rotation Speed, okay. Das ist ein 35R. Hättig. Ein guter. Und die Centrifugation Speed ist? Moment, Moment, das ist falsch. 10 Grad, 2500 RPM für 3 Minuten. 10 Grad. Das ist wichtig? Ja. Es hat zu werden. Okay. Das ist ein Waste. Das ist ein Waste. Wir haben eine spezielle Waste für den Aethermiff. Weil es sehr gefährlich ist. Inflammable. Ja. Und nicht gut für deine Gesundheit. Nicht gut für deine Gesundheit. Das ist der Aether. Das ist die Zitrol. Das braucht man nicht. Was man braucht ist das Sediment. Okay. So man braucht das Sediment. Ja. Okay. Let it flow out. Make it clean. Okay. You clean it. Everything except for the, so you leave the sediment in, but clean up there. Okay. Then it's ready. Now it's ready? Ja. Um. You can mix it up. Okay. Now it comes to the slide. With a glass pipette. With a glass pipette. With a glass pipette. With a pasteur pipette. With a pasteur pipette. Okay. So. Okay. You need a little bit solution on the top of the sediment. So you can mix it a little bit. You can mix it a little bit. You can mix it a little bit. And also not. It's just thick. It's just thick. It's not going down there. It's the solution. Yeah. Okay. It has to be very thin. And now. Press it under the. Little glass pipe. And now you can. Okay. Now you go to the microscope. Yeah. And we're ready. Okay. I don't know. Okay. That's a good one. Hey.